Hallo Freunde der Sonne, hier sind wir wieder in Grid 2 in der Karriere. Wir sollten uns jetzt einen japanischen Reiskocher kaufen, beziehungsweise aussuchen. Was meint ihr? Nennen wir den Nissan Fair Lady oder den Silvia? Ich würde sagen, wir nennen mal den Silvia, oder? Der für Werte? Oh, die haben glaube ich die gleichen Werte. Oh, der hat ein bisschen mehr Top Speed, glaube ich. Oder täuscht das? Ne, der hat doch ein bisschen mehr Top Speed, Beschleunigung. Ne, wir nennen den. Bist du dir sicher? Ja, ich bin dir sicher. Du kannst jedes deiner Autos für eine Testfahrt auswählen. Auf diese Weise kannst du vor dem Wettbewerb die Limits des Autos austesten. Sponsoren bieten ebenfalls eine großartige Möglichkeit, deinen Namen bekannt zu machen. Jedes Mal, wenn du auf deinem Auto für einen Sponsor wirbst, gibt er dir ein Ziel vor. Erfülle es und schon erreichst du ein größeres Publikum. Drück mal auf zufällig. Boah, ja, das gefällt mir. Auf Anhieb. Okay. Fertig. Schlage eine Zeit von zwei Minuten. Okay. Was ist hier? Belege 300. Was ist das? Okay. Achso, dann muss man die Dinger erfüllen. Achso. Okay, ich sag einfach, wir sind fertig. Passt schon. Eigene Lackierung können wir auch. Ui. Na, schade, dass man hier nicht besser ranzoomen kann. Rauszoomen. Eigene Lackierung anpassen. Okay, wir haben ein tolles Muster. Haben wir. Haben wir nicht. Okay. 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 Boah, da gibt es ja schon ein paar coole zur Auswahl. Ich würde sagen, nehmen wir das. Boah, Farben gibt es auch. Auf jeden Fall muss das mal die, das Grau. Boah, was gibt es hier? Pearl Effect. Flip Flop. Matt. Metallic. Boah. Grün. Dunkelgrün. Oh. Orange. Na, wir nehmen mal ein helleres Grau. Das sieht doch schon mal gut aus. Das weiß. Karosserie ersetzen wir auch mal. So einen schwarzen. Boah. So einen schwarzen. Und das rot. Soll auch nicht. So, das ist der Strich. Das, okay. Nein, so ein Fetzigen rot. Oh, soll mal lieber mal so ein... Achso. Achso, ich drücke hier die ganze Zeit zur Seite. Dabei ist das hier... Oh, oder so ein orange. Nein, nicht pink. Braun. Das ist so blau ist. Das hat was. Ich nehme dort blaue. Okay. Was haben wir denn noch? Weiß. Schwarz. Karosserie. Kann man den einen roten Strich da nicht ändern? Okay. Das ist wohl unser Sponsor. Okay. Das soll es gewesen sein. Wie komme ich denn zurück? B drücke B und zurück. Ja, okay. Sponsoren, Felgen. Was haben wir denn für Felgen drauf? Felgen. Oh, geil. Hier gibt es auch schon Felgen. Ah, geil. Die Größe kann man auch... Oh. Fette Pushen. Ich würde so... Oh, die... Die gefallen mir schon mal ganz gut. Gibt es hier noch welche? Boah. Voll die Teller. Boah. Boah. Nee. Oder hier irgendwas. Aber ich weiß nicht, das... Boah, hat ja schon was, ne? Ah, egal. Nehmen wir jetzt die, so. Wir wollen ja auch gleich nochmal dort fahren, hier. So. Auf dieses Fahrzeug anwenden. Okay. Bist du dir sicher? Ja. Okay. Fahrzeugwechsel. Bereit? Ja. Zieh in deinen Rennkalender und versuch einen Sieg zu holen. Die Wets. Karriere. Du hast jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder fährst du weiterhin gegen New Union oder du nimmst die Einladung von den Transamerica Pacers an. Oder wenn du ein wenig üben möchtest, kannst du jederzeit eine Testfahrt in Indianapolis absolvieren. Nein, wir machen hier New Union weiter. Was muss ich denn jetzt drücken? Ach, Einladung. Ah, ach so, er stellt mir dich jetzt das vor. Ah, ach so. Wir sind hier in Kalifornien, Platz 1. Yo, dann wollen wir mal... Chicago war doch unser erstes Rennen, da wollen wir auch mal rocken, aber... Ja, ha, ha, ha. Wir nehmen. Wir nehmen. Wollen wir unseren neuen testen oder beim alten bleiben? Ich schlage mal vor, nehmen wir unsere neue Karre. Ach, jetzt hätte ich ja eigentlich Lackierung auf alles anpassen können, aber... Äh, alle Fahrzeuge nehmen können. Aber... Schauen wir mal. In Geraden kannst du eine Menge Tempo machen, aber verpasst die Bremspunkte nicht. Bremspunkte, hat er uns doch vorhin schon gesagt. Oh, oh, ob das nicht ein Fehler war mit unserem Reiskocher? Go, go, go! Oh nein. Ah, so ist er so gut. Nicht so aggressiv, bitte. Boah, der wutscht ganz gut. Wir sind auf Platz 5. Ja, sorry. Boah, wir haben noch keine Zeit. Okay, den schnappen wir uns jetzt hier innen. So, das passt doch. Hier unten haben wir wieder Zeit. Wir sind auf Platz 3. Harrison Carter, mach Platz! Mach Platz! Du alte Schmitte! Habe ich jetzt eiskalt da reingedremst? Okay. Platz 1. Ja. Aber ich bin mal gespannt, ob noch ein anderer kommt. Wir haben schon einen kleinen Vorsprung. Es läuft! Es läuft! Sag ich euch. Wir sind zwar ein bisschen hart gefahren am Anfang, aber... Auto ist noch gut. Sehr gut! Du fährst ein blitzsauberes Rennen. Das war eng. Ich weiß gar nicht, kann man sich überschlagen? Ja, glaube ich, ne? Du hast gerade eine neue Bestzeit aufgestellt. Normal. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Erschwurr, komm zurück. Wenn wir das schon haben... Dann machst du das noch. Und... Super, und weiter geht's. Ui, ui, ui. Oh, nein, da komme ich wieder so weit raus. Das ist ja ärgerlich. Ah, hier. Du bist gerade die schnellste Runde gefahren. Komm wieder. Der Zweitplatzierte liegt nur fünf Sekunden zurück. Mach keine Fehler. Besser erwischt. Hier, fünf Sekunden haben wir Vorsprung. Oh, easy, locker, going, shit, hier. Das war auch knapp an der Mauer vorbei. Beste Kurvenlage. Ich sage, das Spiel gefällt mir. Und wir fahren, wir sind... Oh, ganz schön zerkratzt, die Karre. Wir haben's. Platz 1. 313-967. Toller Sieg. Wenn wir die Union an Bord haben, ist uns das Interesse anderer Clubs sicher. Schnell zur Runde. Dö, dö, dö. Weiter. Schauen wir mal. Wir sind auf Platz 10. 10 sind wir. Ui, ui, ui. Sind wir in der Flasche. Oh, wieder noch höher. Oh, Platz 10. Weiter. 6.000 Fans. Ui, ui. Ach nee, 6.000 haben wir. 8.000. 9.000. 9.500. Yo. Sehr gut. Du versuchst den Transamerica Pacers das Potential der WSR klarzumachen. Sicher. Du musst einen guten Eindruck machen, indem du mit ihnen mithältst. Alles klar. Das war's auch mal wieder in dieser Folge bei GRID 2. Wir sehen uns wieder. Immer fleißig einschalten, Daumen lassen und liken. Tschüss, bis denn. Euer Jens. Allons. Okay.